Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von uns, ComputerTest.de und zu einem weiteren Tutorial von mir, Mike. Heute geht es mal wieder um Sony Vegas, so wie es eigentlich meistens bei mir ist. Dieses Tutorial ist von einem YouTuber gewünscht. Ich weiß nicht, ob er einen Abonnent ist, aber ist ja auch egal. Der heißt NovoTrix und zu dich ist dieses Tutorial jetzt und für alle anderen, die das auch wissen wollen, jetzt auch. Also es geht heute darum, wie man in Sony Vegas zoomt. Rein, raus, wie schnell und langsam und wie man das alles macht. Und das werde ich euch jetzt zeigen anhand eines Bildes, weil mit dem Bild kann man es am besten erklären. Und jo, ich fange jetzt mal an. Das Bild ziehe ich jetzt einfach mal 15 Sekunden lang. So, also jetzt bleibt es die ganze Zeit gleich. Wenn ihr jetzt zoomen wollt, dann müsst ihr hier auf den oberen Button klicken, ganz rechts, Event Panorama Cropping. Dann habt ihr dieses Fenster und hier unten dieses Ding, diesen Regler. Ähm, damit kann man halt rumschieben. Ja, Slack jetzt ein kleines bisschen wegen Camtasia. Egal. Ähm, den kann man halt rumschieben. Ich schiebe ihn jetzt mal bis ganz zum Ende. So zoomt der am langsamsten. Das demonstriere ich euch jetzt auch. Hier sieht man es auch. Also so ist es am langsamsten. Das kommt halt immer auch an, wie lang der Clip ist. Wenn er jetzt kürzer wäre. Dann, einen Moment. Dann müsste es eigentlich schneller gehen. Ja, sieht man. Und ja. Das ist schon mal zum reinzoomen. Man kann auch. Äh. Ja, 15 Sekunden. Ähm. Man. Ja, hallo. Ah, ok. Also man kann auch reinzoomen. So. Ich mach jetzt einfach mal bis hier reinzoomen. Machen wir mal ein bisschen mehr so. Und direkt im nächsten Schritt wieder rauszoomen. Sieht dann so aus. Ja. Ähm. Das geht sehr schnell. Warum das so schnell geht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall geht es schnell. Ähm. Ach. Ich weiß warum. Ich hätte bis zum Ende machen sollen. Also wenn man dann bis zum Ende rauszoomt. Dann ist es halt direkt nach dem reinzoomen. Geht es direkt raus. Und das langsam. Ja. Hier. Jo. Also das schon mal zum reinzoomen. Rauszoomen geht eigentlich einfach. Ihr müsst einfach nur ganz am Anfang. Ein. Ein. Also jetzt ein bisschen reinzoomen. Je nachdem wie. Wie viel ihr wollt. Macht damit jetzt ganz langsam rauszoomen wollt. Bis zum Ende. Also eigentlich nur umgekehrt. Äh. Bis zum Ende. Zieht ihr den Regler und. Ja. Zieht es größer. Also zoomt raus. Das sieht dann so aus. Damit kann man auch ähm. Ja. Im Videos gute Effekte machen. Beziehungsweise kann man es. Effektiv. Aussehen lassen. Ja. Ich glaube das ist richtig. Ähm. Ja. Aber was gibt es jetzt hier noch dazu zu sagen. Eigentlich. Ja. Ja. Man kann auch jetzt den hier machen. Äh. Moment. Ehm. Wieder nochmal zoom. Ähm. Kann auch dann jetzt so machen. Ähm. Dass er bis. Ja. Hier. Rein zoomt. Ein bisschen. Und dann. Geht er zum Beispiel nach hier oben. Das sieht dann so aus. Das sieht dann so aus. Man sieht auch dass es ganz langsam geht. Sodass bis zum Ende des Videos gerade fertig ist. Ähm. Ähm. Ja. Das war's eigentlich schon. Soweit. Falls noch Fragen offen sind. Dann. Einfach in die Kommentare schreiben. Äh. Ja. Das was ich jetzt hier mache. Das ist eigentlich sinnlos. Aber. Ähm. Ja. Falls irgendwelche Fragen noch offen sind. Dann. Einfach in die Kommentare schreiben. Und. Ich werde euch dann eure Fragen beantworten. Also bis zum nächsten Mal. Und äh. Ja. Schönen Tag noch. Tschö.